Musik 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 Hier irgendwo zwischen. Erstmal ganz kurz hier ne Runde drehen, nicht dass hier irgendwer schon. Die Zombies sind hier oben. Zombies spawnen auch hier, krass. Da ist rechts noch einer. Im Handy stammt noch einer. Genial. Ist das ein Ami oder ein Borussia? Lass mich raus, lass mich raus. Ist das aufregend. Aufregend. Ein taktischer Helm. Gleich kriegst du einen Kopfschuss. Acetem-Mony. Hä, man konnte doch irgendwie in den Heli reingehen, oder? War das nicht so immer so? Schienenhandschatz Heli in der VSS. Zeig mal. Hast du schon aufgehoben? Mal durchkuchen. Aber ich krieg mal was aus. Was liegt denn hier noch? Schienenhandschatz. Eine ist das. Ach, die kann man auf vollautomatisch und halbautomatisch stellen. Da ist ein Magazin drin. Was ist denn Moni nimmt die? Äh, die ist das mit dem 9x39, die man so viel findet. Alles klar. Das ist ja nice. Ja, fast. Hier. Da liegt sie. Das gute Stück. Mal gucken, ne? Ein ganz normales Dings hier. PSO-Scope drauf. Einer passt doch bestimmt auch ein Ding ins drauf, oder? Und alles sieht hier nur so aus und verteilt rum. Nur eine, ey. Oh, Mann. Schade, schade. Marmelade. Bei mir hängt das Spiel gerade. Hörst du mich noch? Ja. Wow. Ich hatte gerade ein Standbild, als ich durch das Scope geguckt habe. Oh, wie schlecht. Okay. Bayonet. Was gibt's hier noch? Mehr gibt's hier nicht, oder? Gibt's hier irgendwie so eine Art Kofferraum, wo man reingucken kann, oder so? Das ist sicher. Okay. Pilot names. Hm. Hände hoch. So, jetzt müssen wir fast zurückfahren, da haben wir ordentlich Magazine, ne? Mhm. Nicht ausgelockt? Nee. Ich stehe im Qualm. Also doch kein Mythos. Nee, es gibt sie wirklich. Hier liegt ein taktischer Helm, der lag eben noch nicht hier, oder? Ach doch. Ja? So, Hände hoch, Freundchen. Ich will mal mit der VSS schießen. Aua! Oh! Ich habe vergessen, was da in Deutsch dran ist. Ich blöde! Verbindet dein Schniebel. Jetzt verbindet mein Schniebel. Wir haben, glaube ich, noch VSS Muni in unserer ersten Base. Ja, ordentlich. Magazine und ordentlich viel Muni. Ich kann nochmal zurück. Du musst fahren. Ja. Jetzt muss man natürlich noch einen finden, ne? Jetzt ist er heiß. Ich zeige mal einen Screenshot, ne? Jetzt wissen wir auch, dass die normale Schalldämpferkester bestimmt auch drauf. Ja. Nee, warte mal, bei der VSS, die hat doch... Ja, das ist die mit dem integrierten Schalldämpfer, glaube ich. Ja. Da hinten brennt was, hat er geschrien. Ich habe nur die Qualmbrücke gesehen. Ich dachte, er ist an der Gaskranate. Deswegen war ich auch gleich gut, ob er online ist. Weißt du? Ja, einer ist da noch. Okay, da muss eine Gaskranate sein können. Von hier hast du das gesehen, ne? Ja, irgendwie hier, ne? Da oben brennt's. Ja, genau. Was mir fallen sollte. Hat man ja gar nicht wieder sehen können vorher, ne? Das sieht man echt weit, ne? Mhm. Entweisch? Ja. ¢